Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Bezuchen Sie ihn, ey! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Magen! Sie waren Befehl zu Ihrem Fleisch! So weit ist das einfach Geld! Deutschen Fägelein! Sie ist ohne Ehre!